Herr Wehner, es gibt Hinweise, nicht nur, sondern auch schon arithmetische Tatbestände, etwa über Einbrüche, ich darf das mal so sagen, in Bayern, in München. Es gibt auch keine guten Ergebnisse im Land Hessen. Müssen Sie das zurückführen auf interne Kirelen in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands? Ich bin also in der schwierigen Lage, verehrter Herr Lück, zu sagen, wo hören Sie, wenn Sie gleichzeitig fortgesetzt Leute interviewen, Informationen, die mehr sind, als ich sie haben kann. Ich weiß nichts und Sie wissen nichts über die wirklichen Ergebnisse in den Ländern. Werden Sie nicht ungeduldig. Wir beide kennen nichts über die einzelnen Wahlkreise. Es gibt kein einziges Wahlkreisergebnis. Und dennoch reden wir hier, als ob wir schon alles wüssten. Vielen Dank für diese Zwischenkommentierung, Herr Wehner, auf der Basis dessen, was uns allen hier in dieser Nacht zur Verfügung steht.